Auf den E, den hättest du ja auch an die Wand setzen können und du Pascal, weiß ich, das ist immer ein Zona, Scheiße, der Champ. Zona ist klasse, sei still. Zona ist saugut, sei still. Das Problem bei dem Gank war, einzig und allein, dass ich nicht da war und ich genug Schaden dadurch hatte. Ja, das auch. Oh, Xynd! Ganz hinten! Warum ist der Xynd permanent so schnell? Guck mal ganz genau hin auf der Szene nochmal, ich war fast die ganze Zeit über das Stunt. Das war das Problem. Xynd, Xynd kommt auch zu euch, top. Ich auch. Ja, du warst danach gestunt, als ihr Chasen wolltet. Ja, aber. Da kannst du echt nichts machen. Michael, Xynd! Xynd, Xynd, Xynd! Xynd, Xynd, Xynd! Alter! Das ist ein Scheißlacker! Hast du Flash? Ja. Ich bin ja bei denen, dass sie erst looten. Oh nein, ich kann meinen Arsten nicht wechseln. Teleportier dich zurück, man! Teleportier dich zurück, man! Teleportier dich zurück, man! Teleportier dich zurück, man! Ich hab Flash nicht einsetzen müssen, man. Okay. Bot Lane fehlt! Mein einziges Ziel ist, dass ich die Morgane erkriege, bevor sie mich kriegt. Ich kann's werden... Übrigens, wenn's dich tröstet, Vayne, du hast mehr Farmer als der Sven. Mann, ich klicke... Ich missklicke so häufig einfach nur gerade. Der hatte am Anfang... Der hatte am Anfang sogar noch einen Farbenvorteil. Unser Weppup! Unser Weppup! Unser Weppup! Ich kann da nicht hin, Mann! Echt bitter! Einfach ein Crew dahin, oder wie das heißt. Lucent! Alter, äh... Warum ist eigentlich meine Lane immer gepusht? Ich versteh das nicht. Wo ist eigentlich unser Jungler schon wieder? Der ist Top Lane! Also wenn jetzt die Ausrede kommt, dass du Support Masteries hast, langsam wird's lächerlich. Hahaha. Sehr gut. Er ist doch so, ganz ehrlich. Ja, laber mal keinen Scheiß hier. Mein Wort hat mich zerstört. Franzi, so dein mal... Was ich für eine Erfahrung mit Jungler noch mittlerweile. Ganz ehrlich, dieser Varus, da steht da echt verlockend. Junge, du laberst so'n Scheiß! Das ist ein verdammtes Spiel, wo wir zwei Disconnects am Anfang haben. Und ein Spiel zwischen Freunden im Custom Game. Ich hab eh nur... Wie irgendwie in letzter Sekunde auswärts ist hierhin gefehlt. Die Jung ist eigentlich sowieso nicht. Ja... Ja, das kommt noch dazu, ja. Ja, ihr Penner habt alle irgendeinen Kack. Ja, fuck, ich bin tot. Ah, Mann! Der gankt besser, der... Tim. ... und jetzt. Actor like a metronome. Tch. Mein Aim ist auch... ja... dürftig. Na jetzt gerade nicht! Ja, jetzt gerade nicht. Jetzt hat er auch gepusht. Ich schätze mal, der Taric wird ja immer noch im Busch gammeln. Neues Wort bitte. Ja, wobei im Moment werden wir jetzt zurückgepusht. Versucht die mich einfach nur zu killen, diese Morgana. Geht die nicht auf Farm? Ja doch, die kann währenddessen farmen, man. Aber die steht die ganze Zeit im Brush und versucht mich zu snaren, aber ich bin nicht... Und ich war sogar in der Mitte gegen sie, ja, mit Sona hab die fast gehauen. Mhm, du warst aber auch noch gleich im Level. Das Gute ist, also gut, ich war... Soskan hatte übrigens auch ein Disconnect, Christian. Ja, ich hatte auch ein DC, richtig. Krass, Mann, krass. Deswegen sagen wir ja, zwei DCs, ja. What, jetzt wird das mal? Ja, wie gesagt, ich komm da nicht hin, aber gut, ich geh mal hin, ja. Wenn irgendeiner nach dem Spiel sagt, boah, wir haben euch fertig gemacht, Mann. Wir haben Ivan fertig gemacht. Dann lach ich den Haus. Siehst du, Sona, was ich meint? Ja, ich weiß. Gut, dass ich nicht hingegangen bin, um zu wollen. Ach du, SS-Mate, SS-Mate, top care. Gut, dass ich's dir gerade gesagt hab, dass du da hingehen solltest. Ganz ehrlich, ganz ehrlich, dieser Varus. Auf, lass mal engage. Von wo willst du denn kommen? Von hinten? Ja, von hinten. Lauf doch gleich durch die Retour durch. Ich bin schnell. Schnell wie ein Blitz. Auf, engage, engage. Okay, go. Und ich bin restant. Macht nichts, wir fokussen Varus einfach weiter. Und fokus danach, Terry, ich bin auf dem Weg. Bleib dran, bleib dran, ich bin hier. Denk den Tower. Das war ne gute, Aldi. Was? Das war also ein Sicherheitsschuss. Ich weiß, sie war sicher, ja. Weil, du hättest getroffen, wenn... Ey, Drang, 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 wir sind zu viert hier unten. Ja, Leute, lass jetzt den Drain machen, schnell. Das ist ein super Zeitpunkt. Ich kann auch tanken. Das war halt nur, dass ich das 2. 10 bekomme, damit ich überhaupt einen habe. Aber warum hol ich mich nicht raus? Ja, genau. Selbst wenn Morgana kommt, ist die auch tot. Lass uns gleich mal zu viert in die Mitte laufen, die Morgana. Können wir machen, ja. Okay, jetzt alle 4 in die Mitte und die Morgana. Oh, der wird so flank. Oh, Merferd pusht gleich meinen Tower und der Tower-Dirbt mich auch gleich. Ja, ja, aber wir sind schon auf dem Weg, halt über mit, ne? Äh, die ist so tot. Nein, fass, fass. Oh, vielleicht ist die doch nicht so tot. Fass ihn. Loll. Kommt, Leute. Das war das zweite Mal. Okay, jetzt wieder Botkin. Und zwar direkt von Cooldown. Seht ihr, Leute, so eine Aktion bringt schon was, ne? Wollt, kann sein. Direkt von Cooldown, ja. Und das wäre so ein Kill gewesen und ich hätte Blue-Buff gehabt. Ja, geh schon mal Bot-Lane raus. Ich habe genau ein Double-Strike oder so gehabt. Ja, genau, du hattest deinen Double. Ja, du weißt ja, ich bin sehr, sehr in favor of einfach Kill nehmen, wenn du killen kannst. Also, das ist schon okay. Achso, ja, ja, klar. Ich, weil ich mag es nämlich nicht, wenn man, wenn man so aus Versehen so einen, was war das, ähm, ein T-Motop nicht kriegt, weil, ah, shit. Ich mich erinnere. Hast du Flash? So ein Penis, ey, hat der seine Alty. Ich muss weggehen, ich geh weg. Oh, der nimmt null Schaden. I hold the line. Was hat der für items? Hast du das gesehen? Ich hab den null Schaden. Lol, der hat zwei Riggles. Doch. Weil einem nicht reicht. Unfallschäden, einfach nur Unfallschäden. Lol. Aber warum nicht? Ganz ehrlich? Riggles ist billig, gibt dir Rüstung, Lifesteal, gibt dir alles, was du brauchst. Ja, aber es hat eine Unique Passive, ja. Und Unique Active. Und Unique Active. Ach, klappt doch, seht ihr doch. Ja, Penis, ey. Es klappt nur, weil es für uns nicht so gut läuft. Ja, wegen der Scheiße am Anfang. Oh, da ist Morgana bei uns hier in der Nähe. Tarek ist im Busch. Kann der eigentlich zwei Wards da mitsetzen? Ja, ich glaub schon, mit jeder einen. Also ich weiß es nicht, es ist ja an sich eine Unique Active. Nein, kann er nicht. Kann er nicht, ne? Ganz sicherlich nicht. Weil es hat er sich einfach verklickt. Wahrscheinlich, ja. Da ist Xin. Xin ist in unserem Jungle. Malfight ist es. Aber der haut sich, leider. Kommst du mal, Nelson? Kommst du, Nelson? Ja, okay, gut, die sind in der Mitte. Ist egal. Genau, lassen wir die Luxe einfach sterben. So ist gut. Ja. Yee ist in der Nähe. Ich renne, man. Ich hab die beide gesnailt, das war klasse, man. Ich hab die in einem Snail beide gesnailt. Ähm, bleibt die noch da? Okay, aber ich wollte runterkommen. Ich doch nicht. Jetzt hat er auch ein bisschen Huffing. Was gegen die eigentlich dauerhaft, die Luxe, die die ganze Zeit SS war. Also DC, aber ja. Aber aber trotzdem, ähm... Oh, scheiße, ich bin jetzt tot. Ich out-level jetzt Baros und Taric, mein Gott. Boah, doch nicht. Ich hab die in Wardle, egal, dass draufgehen. Okay. Ulti. Also ich könnte mich top-teleportieren, aber das bringt mich. Geh zurück. Geh einfach zurück. Lass den Faust sterben. Mir bitte auch wiedergeben. Oh, voll. Wow, ist ja relativ ausdrücklich, man. Auf einmal, ja, nein? Ja, also ich muss sagen, wir können das einbefangen haben zu ganken. Leute, wir können das noch gewinnen. Natürlich gewinnen wir das. Ja, wir haben einfach die größere Moral. Oder so. Richtig. Und wir holen jetzt auf. Holen wir Bot-Tapel? Ich meine, eure Moral ist gerade voll am Boden. Oh, schau mal, wer da kommt. Ich glaub, wir sollten ihn einen von uns jumpen lassen. Einfach so aus Prinzip. Wir haben einen Dragon, also einspricht immerhin alles für uns. Ach ja, übrigens, äh... Okay, wir können jetzt ganken kommen, wo der Tower weg ist. Ja, stimmt, theoretisch können wir jetzt ganken. Na, falls kommt, äh, okay, mehr auf. Übrigens, falls ich's noch nicht erwähnt habe, ich nehm's auf, ne? Hatte ich ja gesagt. Oh, geil. Also, es läuft jetzt seit 25 Minuten, die Aufnahme. Floric! Ne, mit Fraps. Also, wirklich, absolut live mit Kommentaren, die wir hier sagen. Aber, also, ich will hier an die Teamspeaker... Aber wir können den Tower kaputt machen, der hat nicht mehr viel live. Du hast da eigentlich nicht nachgefragt und eigentlich steht es da drin, dass man fragt. Ich lass's mal durchgehen, ich lass's mal durchgehen. Okay, gut. Oh, nein, nein. Oh, fuck. Bleib bei mir, bleib bei mir. Hast du Uti? Erst in 20 Sekunden. Vielleicht, vielleicht können wir uns hier noch ein bisschen die Zeit vertreiben. Jawohl, Mann. Bis ich all die hab... Oder hier warten wir einfach. Ja. Ba, 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 ba. Oh, Michael. Okay, lass mal, lass mal, lass mal schon mal in die Richtung gehen. Zehn Sekunden. Neun, acht, sieben, sechs, fünf. Ach, so Glück. Vier, drei, zwei, eins. Und die Wand. Oh, Beckmann. Lauf weg! Uff! Uff! Will der mich mobben, ey? Scheiße! Die hatten da einen Ward drin, ey. Wollen die mich verarschen? Ja, hatten die. Schade. Wir müssen echt einfach sicher spielen, ne, Leute? Ja. Was war denn das gerade? Wir hätten den, wir hätten ihn eigentlich sicher haben müssen. Der hat sich auf einmal wieder um die drei Viertel hochgeheilt mit zwei Schüssen. Ja, da war irgendwas so komisch. Der hat nicht mehr Live-Steal. Alter, Heal. Das war aber wirklich. Ja, Heal hat er einen. Der war droht. Ich hatte Ignite drauf, ich hab alles draufgesetzt. Und auf einmal hat er wieder drei Viertel Leben vollgehabt. Ich war wieder gestunt wegen diesem scheiß Taric. Und unsere Crowd Control haben wir eigentlich auch gut verteilt. Genau, ich hab ihn dann sofort gestunt und alles. Ja, genau. Also nach mir, nachdem mein Stun vorbei war. Also wir haben keine CC gestackt oder so. Schade. Hätte, hätte eigentlich klappen können. Egal. Vielleicht liegt's an dem Item, was Taric hatte. Ich glaube, es liegt am Aufnehmen. Emblem of Valor, oder was? Lock it. Hat Taric irgendein Item, was 75% des Lebens wiederherstellt? Lock it. Ne, ne, es hat er eben noch nicht. Eben hat er nur Emblem of Valor. Oh, die sind beide wieder da. Komm nach oben. Also überlebe, bis ich komme. Aua. Ja, wäre schon praktisch, wenn er überleben will. Ja. Da glaube ich aber relativ viel Arme, ja. Ich bin auch auf dem Weg, also sicher, äh, bleib dran. Bleib, hol ihn dir. Sehr schön. Eins für eins wenig. Komm, wir gehen. Ja, ich sehe den Sinn. Komm, geh zu Dragen. Warum hab ich den so viel Schaden gemacht? Ähm, weil ich erst mit Igniter-Finn hatte und ihn schon weglemmert. Na, es ist genug Schaden. Na, der ist nie wieder sein scheiß Exhaust, der Sack. Der hat gejoint. Ich bin gejoint. Na, ich weiß nicht. Wer ist ich? Alles ja, okay. Ja, wir haben uns, oder? Scheiße, die sind alle hier. Ich brauch da Vision. Ich brauch Vision. Ach was. Aber die paar Gangs haben wieder vor Bord gezeigt, wie stark Rain eigentlich ist. Ja. Du musst eigentlich nicht viel machen mit dir. Komm, wir müssen jetzt drauf gehen, Jungs. Kommt der Damage ohnehin. Ja, geht schon weg, schon weg. Wir brauchen jetzt einfach noch zwei, drei Gangs Wortschel. Wir müssen ja echt, wir müssen das dominieren. Ich befiehle, gewinnen wir das, ey. Ja, das Problem ist, der Tower von denen ist jetzt weg. Da werden die nicht mehr so weit rauspushen. Ja, unser Tower ist auch gleich weg, also. Oh, my feet are warm. Oh, my feet are warm. Das ist hart. Ich finde my feet are heftig. Ja. Ja, besonders. Am Anfang ging es noch, aber dann hat er seine Gangs bekommen. Dann braucht er keine Gangs. Wir haben DC plus Masteries, also das ist. Aber ich bin trotzdem, Leute. Okay, wir können den Tower mit ein bisschen Glück halten. Ich habe Ulti, wenn Jee noch kommt. Jee, komm sofort, komm auf den Weg. Oh, fuck. Oh, fuck. Bleib dran, bleib dran. Go, 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 now. Da, hab ich es hin. Ja. Komm, wir da ran? Mit ein bisschen Glück. Ich glaube nicht. Mit ein bisschen Speed eher. Ich komme auch von oben. Okay, push den Tower. Einfach Tower pushen. Schnell. Der Tent? Nee, einfach Minions. Ach, stimmt, das sind keine Minions. War da gut, war da gut. Bleib da, bleib da, drang, 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 drang. Lux, du machst genug Schaden. Du, dich brauchen wir bei drangen. Der macht keinen Schaden, aber ich kann verteidigen. Obwohl, der ist nicht da, oder? Ah, Malfight push, top. Der ist nicht da. Ich glaube, der ist nicht da. Ach, schade, die haben den gemacht. Ich habe den Dweckentimer schon rechtzeitig gestartet. 4,5 Sekunden. Ja, okay. Dann lass den Minion holen. Ach, das geht auch nicht. Das ist auch die Lane gepusht. Ah, fuck. Mein Tower ist mit einem Mal weg. Was denn scheiße? Ich war die ganze Zeit am... Läu. Towers muss man abgeben können. Tja. Ich weiß, nur noch einmal pushen. Ach, komm, wir fangen hier lieber zurück. Mir ist schön sicher. Wir fahren uns hoch. Wir saugen die DCs wieder auf. Und, und Vane. Renn weg, die werden weg. Michael, komm her, komm her, komm her, schnell. Vane ist besser im Late-Game. Hier, da ist ein Aufwand bei mir. Hauf, hau. Oh, die Nullo. Nein, nein, nein. Achtung, Morgana. Geh zurück, geh zurück. Oh, scheiße. Und Varus, nix. Weck, Varus? Ja. Oh, der hat echt übertrieben. Das ist abartig, ne? Und vorhin hat er noch keinen Vampire-Accepter. Hat aber, glaube ich, da der auch... Nein, aber dem hätte nicht sein müssen. Es war klar, dass Morgana kommt. Aber egal, auf. Weiter. Wir gewinnen. Noll, ich stelle eine Morgana mit Ulti und die zwei Carries kommen vorbei und sie will ihre Ulti nicht ansetzen. Oh mein Gott. Wie bitter. Irgendwie, der Varus heilt er sich auch gar nicht so stark. Der heilt sich gar nicht. Keine Ahnung, Mann. Der kriegt 32% Hits zurück. Das ist voll übertrieben. Das ist... Der hat keinen Spell, der ihm irgendwas gibt, oder? Eben, Arter. Nein, der kriegt einfach mit einem Teamfight... Er hat eben mit einem Fight auf einmal dreiviertel seines Lebens gehabt. Das hatten wir nämlich vorhin auch. Ja, hier. Warum pickst du Ebenheit? Das wollte ich dir schon am Anfang sagen. Nee, Ekenheit ist der absolute Counter zu Heal, aber die müssen halt drauf sein, ne? Ja, Ekenheit ist eigentlich... Muss man früh drauflegen. Hab ich ja immer draufgekommen. Ja, zurückgeheben. Boah, der hat flash. Hast du gesehen? Der Teric hat geflasht, um den Tower zu holen. Noll.